Die Deutsche Angestelltenakademie in Pforzheim, kurz DAA, ist ein Dienstleister auf dem Arbeitsmarkt. Mit Sitz im Herzen der Goldstadt hat sie als Anbieter von beruflicher Weiterbildung für jeden die passende Fortbildung. Jeder, der persönlich und beruflich weiterkommen möchte, ist bei der DAA richtig. Es können die Damen und Herren sein mit Migrationshintergrund, die zum Beispiel bei uns deutsche Sprache lernen wollen. Wir haben den Personenkreis derjenigen, die sich einfach auch beruflich weiterentwickeln wollen, die einen beruflichen Abschluss nachholen wollen. Und wir haben den Personenkreis, der bei uns Unterstützung bekommt im Rahmen der Ausbildung. Zu diesem Personenkreis gehört auch Sandra Schütze. Die 23-Jährige aus Mühlacker hatte Probleme in der Schule, schrieb unzählige Bewerbungen und bekam dennoch keinen Ausbildungsplatz. Bis sie schließlich von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit den Vorschlag bekam, mit Unterstützung der DAA Pforzheim ihr Ziel zu erreichen. Ich habe mich beworben, beworben, beworben. Ich habe nichts gekriegt und die DAA hat mir Betriebe vermittelt, zum Beispiel Fahrzeuge und Schuber, wo ich jetzt bin. Und ja, okay, es war nicht weit von mir, hat mir gleich zugesprochen, dass ich hierher gehe. Und ja, es macht mir die Arbeit ja Spaß. Unterstützung erhält die junge Frau weiterhin durch die DAA Pforzheim und hat dadurch schon einige Hürden genommen, die vorher unerreichbar schienen. Ich mache jetzt die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Ich habe eine Ausbildung schon abgeschlossen zur Fachlageristin, die habe ich bestanden. Ja, und meine Aufgaben sind Lieferscheine schreiben, kommissionieren. Also wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der DAA. Wir sitzen auch mit der Kooperation, die wir seit Jahren machen und haben auch sehr gute Kontakte. Und dementsprechend auch Auszubildende mit der DAA. Das geschulte Personal ist mit Rat und Tat zur Stelle, falls doch einmal Probleme auftauchen sollten. Mir macht es sehr viel Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten, sehen, wie sie sich entwickeln. Also das macht sehr viel Spaß, also diese Erfolgserlebnisse zu haben. Und natürlich Gespräche mit Jugendlichen, also das ist immer interessant. Und wenn man merkt, okay, da mit einem Gespräch kann man jemandem helfen, also das macht viel aus. Die freundliche Lern- und Arbeitsatmosphäre, ausgestattet mit moderner Technik, unterstützt durch professionelle Dozenten, schafft optimale Bedingungen, um Ziele zu erreichen. Egal ob Gruppentraining oder modulare Weiterbildung, die DAA ist der passende Ansprechpartner. Das liegt nicht zuletzt am familiären Klima, das in der Pforzheimer Bildungseinrichtung herrscht. Die Arbeit der DAA beruht vor allen Dingen auf die gegenseitige Zusammenarbeit, das Miteinander, den gegenseitigen Respekt, dass die Ziele auch gemeinsam angepackt werden und gelöst werden. Und damit sind wir eigentlich bisher immer recht gut gefahren. Hier wird jedem geholfen, unabhängig von Herkunft oder Alter. Schicksale wie das von Sandra Schütze gibt es viele. Ich mag die DAA, weil sie mir sehr geholfen haben bei der Ausbildungssuche. Und ich möchte allen anderen alles weiterempfehlen. Dank der DAA ist sie nun endlich angekommen. und ich möchte es auf, weil sie nicht mehr greifen. Ja, ich möchte es tun. Alles klar! Wirkliche Häu. Wirkliche Häu. Wunderschön. Vielen Dank.